Die Anbindung auf Maschinen ging sehr schnell. Innerhalb von 2-3 Tagen hatten wir den ersten Teil auf der Maschine. Man muss sich nicht um Blöcke oder neue Beschläge kümmern, sondern man kann wünschen. Ein Teil hat RWD bereits vorbereitet und kann sofort einfließen lassen. Man muss keine Zeit generieren. Wir haben andere Produkte angeschaut. Dort ist es effektiv so, dass man eine ganze Person auf die Ansetzung setzen muss. Innerhalb von 2 Wochen haben wir die ersten Kochen erbaut und konnten es relativ schnell umsetzen. Auch die Kundenwünsche, die immer umgesetzt werden, ist die Zeit, wo man einen Mitarbeiter ansetzen muss. Von daher gleicht sich die hohen Kosten des Programms sicherlich irgendwann wieder aus. Werden Sie aufwesen! Werden Sie Eingang! Werden Sie mich fast etwas leướcfass! Werden Sie sich in die Zeit, hier unten fallen Sie auf!